Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super! Bist du Fußball-Experte? Ich bin Schalke. Schalke, was ist los? Der Jubel war mal groß. Ja! Doch jetzt ist alles doof. Sag mal Schalke. Danke. Verdammt ihr Trudel, so wie dieser Pudel in den Abstieg Strudel. Was habt ihr eigentlich im Training gemacht? Wir hatten gewichs... Sorry. Gewisser Wechsel. Ja, Trainerwechsel, ne? 0 zu 7 tat weh. B, 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 B. Und zurück ging sie im Flieger vom BVB. Wenn die Guten alle gehen. Gehen, 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 gehen. Das ist für Schalke doof. Schalke doof. Da kommt das Abstiegsgespenst. Das ist nicht schön. Bäumt euch endlich auf. Stahlt unter zu gehen. Sonst will man hier nur noch Biathlon sehen. Das wird für Schalke doof. Für Schalke doof. Das ist egal. Nein. 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 Nein.